Im Angesicht der drohenden Kriegsniederlage gründete Heinrich Himmler im Herbst 1944 die Organisation Wehrwolf. Die Mitglieder sollten hinter feindlichen Linien Sabotageakte durchführen und Chaos stiften. Rekrutiert wurde unter anderem aus SS, Hitlerjugend und BDM. Darunter war auch Ilse Hirsch. Sie war Teil der Gruppe, die den Aachener Bürgermeister Franz Oppenhoff ermordete. Er wurde zum Ziel, da er von den Amerikanern als Bürgermeister der ersten befreiten westdeutschen Stadt eingesetzt wurde. Insgesamt war der Wehrwolf dennoch eher eine Propagandaarmee als eine wirkliche Bedrohung für die Alliierten. Die fanatisierten Mitglieder ermordeten jedoch in ihrer kurzen Wirkungsdauer Dutzende angebliche Verräter und Zivilisten.